nachher und jetzt ist mein Kampf wieder gecrashed musste das kurz rausschneiden ja und jetzt wird auch schon nachts darum können wir jetzt leider keine Chefchen mehr oder vielleicht doch ähm ich versuch's jetzt trotzdem ist mir egal wobei, ne ich will's ich kann mich einfach entscheiden sei doch irgendwo, Chef, ich bin auch froh, kommt zu mir ok, es will nicht, ja so und die Framerate will auch nicht ähm, da niemand unterstützt mich ich bin ganz allein, alle hassen mich so und jetzt das wird wahrscheinlich eine sehr langweilige Nacht ah ne, es wird eine Wolle, toll ähm, was ich jetzt machen könnte, wäre mir einen Keller auszuheben aber zu groß will ich den auch nicht machen, weil ich brauch den eigentlich später wahrscheinlich sowieso nicht mehr also wenn ihr, ich wollte, dass ich das kleine ähm, popelige Holzhaus hier behalten na egal so, ich mach mir jetzt einfach mal einen Keller ach, scheiß Framerate hier so da runter ok, das brauch ich jetzt mal weiter ach ne ach ne oh ok so, dem Fall brauch ich hier noch mehr Sticks so das sollte reichen und hier 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 hier so so und jetzt, äh äh, toll ja egal so so und so und so äh, Fraps du eländes Scheißprogramm ne ähm so und hier noch die Leitern drauf hier unten mal ein bisschen erhält so das mach ich jetzt nur, weil mir sonst einfach zu langweilig wäre und ich nicht wüsste was machen hier ähm so und so und so ah, nee hier nicht ach nee, jetzt hab ich da unten sonst sieht das so scheiße aus das mach ich nicht und da ist schon der erste Zombie komm ich hier äh, das kann ich jetzt machen ich könnte jetzt eigentlich anfangen hier eine Mine zu graben, aber soll ich jetzt wirklich jetzt schon? ja, keine Ahnung ja egal ich bohre mir jetzt hier mal so eine Mine da rein ist mir jetzt auch egal so, und hier sieht man gleich mein Supersystem, das ist, äh, total unnötig, wenn man es so bedenkt, aber naja hauptsächlich hab ich einfach keine Lust ähm, gerade nach unten zu graben oh, hier ist schon die Sand ah, ich hasse dich Sand ähm, sonst fahre ich dann in die Lava und dann ähm, meckere ich die ganzen Folgen darüber ich bin in die Lava gefahren, naja äh, das will auch niemand hören drum erspare ich euch das und gerade jetzt einfach so und wie so ist der Gravel? ich bin gar nicht so ach ne ja, super ich Genie habe natürlich keine ähm, Steinspitzhacke gemacht ist viel toll so die Axt brauche ich im Moment auch nicht so und so ähm, ja so und jetzt hier noch eine Fackel und wir haben Eisen gefunden das ist ja mal geil so, Eisen kann man immer brauchen ja und auch noch so viel pfuh ach ne, Minecraft bitte lass mich spielen hm ok jetzt da wir Eisen haben könnten ja, ich gehe mir jetzt mal rauf und verstaue das sonst wenn ich dann doch irgendwie in eine Höhle falle und dann nicht mehr raus finde dann wäre das doch auch ärgerlich so, jetzt mache ich mir mal eine Kiste ach ne, die könnte ich jetzt eigentlich auch hier unten verstauen so wobei zuerst lege ich jetzt ich mache das jetzt nicht so so gut so wie der Tag wird ich hasse die Nacht ok, gut dann geht es jetzt weiter hier so ja, die ganzen Minen Operationen sind relativ langweilig man macht die ganze Zeit dasselbe bis man dann irgendwann mal Kohle oder Eisen oder vielleicht sogar Gold oder Diamanten findet aber sonst hier immer diese Blöcke raushauen naja so ok ähm ich will das endlich Tag wird ich hab da gar keine Lust drauf hier so ach ich dachte schon dass wir eigentlich Eisen oder Kohle dabei ist nur scheiß Grapple hier ach ich bin wie ein kleines Kind muss da jede Minute hier rauflaufen ach wird schon Tag wird schon Tag ich habe jetzt Angst dass hier nicht da rauslaufe dass da genau ein Krimpfer bei der Tür steht sonst könnte ich nämlich versuchen naja wobei äh nein es waren sowieso keine Schafe hier in der Nacht aber ähm nö ja sonst könnte ich mir jetzt ein Bett machen und dann einfach schlafen dann müsste ich die Nacht hier nicht so mich da drin verstecken ähm oder ich könnte natürlich auch einfach die Monster ausschalten aber hm ne ich lass die mal das so ist interessant hoffe ich gut auf jeden Fall ja ja und jetzt ähm mit diesem schönen Ausblick hier auf die Zombies äh sind gar keine da egal wenn ich auch schon ähm meine erste Aufnahme von ähm Let's Play Minecraft ich hoffe es hat euch gefallen schreibt mir doch Comments was ich machen soll und wenn es euch gefallen hat drückt auf gefällt mir jo ich hoffe man sieht sich beim nächsten Mal tschö